Bei mir in der Nähe, weißt du, wo ich so wohne, da ist so ein Tattoo- und Piersting-Studio, gell? Und da bin ich letzte Woche vorbeigegangen und dann lese ich da, heute Rabatt auf Piersting und und Tattoos, 20 Prozent. Da bin ich aber sofort dran, ja? Da habe ich gesagt, Meister, wie ist das, wenn ich mich jetzt detonieren lasse und pilzen? Wie schaut das aus? Was kriege ich da? Ja, das ist so, wenn du ein Tattoo machst, nur ein Beispiel, dann kostet das, sage ich, 500 Euro. Dann kriegst du 20 Prozent, aber das kostet das praktisch nur noch 480 Euro. Ja, das ist super, habe ich gesagt, das klingt gut. Und beim Piersting ist das da genauso, ist das da ähnlich. Ja, da ist es genauso. Da kannst du dir aber noch mehr sparen. Da kannst du zum Beispiel mein Spesselangebot nehmen, das kannst du nutzen, dann hast du noch mehr. Da geht auch umgekehrt. Weißt du, nicht nur, dass du 20 Prozent kriegst, sondern wenn ich möchte, zum Beispiel, wenn du dich um 500 Euro detonieren lässt oder pissen, dann kannst du auch mischen, detonieren und pissen. Da kannst du 20 Prozent mehr detonieren machen oder pissen. Das ist mir egal. Du kannst wählen. Du kannst detonieren, pissen und mischen. Da bist du völlig offen. Da habe ich natürlich mehr davon, das ist richtig. Aber der Rabatt, der ist nur einmalig. Verstehst du? Aber wie schon gesagt, 20 Prozent auf 500, das sind 480 Euro. Und das ist halt weniger als 20 Prozent mehr Detonierung. Da hast du praktisch 120 Prozent Detonierung und bezahlst nur 100 Prozent oder 120 Prozent Piersting oder gemischt. Da kannst du dann haben, wie bitte freie Wahl. Aber wenn du das so zusammenzählst, da sind ja 100 Prozent Kosten und 120 Prozent Detonierung. Da hast du im Grunde 220 Prozent, obwohl du nur 100 Prozent bezahlen musst. Verstehst du? Da profitierst du wesentlich mehr. Oh, da hast du recht, Meister. Das ist natürlich schon ein geiles Angebot. Weißt du was, habe ich gesagt zu ihm, da nehme ich das Special-Angebot. Da machst du mal lieber 20 Prozent mehr Detonierung und dann habe ich wesentlich mehr. Und eine Detonierung, das ist halt was fürs Leben. Da hast du immer was. Verstehst du? Jetzt hast du mich erzeugt. Ich nehme das Special-Angebot, denn ich bin ja nicht blöd. Und rechnen kann ich auch. Das kannst du ja sagen. Mein Ul undzub. Das weiß ich auch. Vielen Dank.